Ja, willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Diablo 1, der Hellfire HD-Version. Mal kurz gucken. Ja. Wir sind doch gut ausgerüstet. Nein, wir brauchen Heidtrinke. Gut, Heidtrinke. So, das sollte reichen. Ja, perfekt. Ja, wir haben sehr viel Fire Resistance, allerdings fehlt uns wirklich... Hast du vielleicht noch einen kleinen Ring? Schild, Schild, Stab, Schild, Bogen, Schild... Ring of Precaution? Nö. Der wär zwar nicht, der Ring, aber hm... Also ja, wir haben jetzt gerade wohl Lightning und Fire Resistance. Was wir nicht haben, ist ne Möglichkeit, die Fire alle effektiv auszuwerten. Also, die Vision bringen. Kommt zu mir, kommt, kommt. Kommt. So, noch eine weg. Ja, dann... Andere Möglichkeit haben wir leider nicht. Gerade. Und hier ist jetzt dann wieder gleich... Der Tod, ja... Okay. So, Heidtrinke ist weg. Und da sind die anderen beiden. Also, ja, entweder zählt die ihre Magie als normale Magie. Also, der ihre Angriffe. Dagegen haben wir gar keinen Schutz zur Zeit. Gegen dich haben wir Schutz. Ja, gegen euch nicht. Oh, da ist noch einer. Okay, now... Entschnitt ist nicht dead. Ah, das ist nicht dead. Oh, da ist nicht dead. Die laufen zum Glück nicht so schlimm weg. So. Und ja, ich denke, ihr seht... Oh, Squall of Terri Potation. Ja, super nutzloses Squall. Squall of Healing. Ah, besser. Ich denke, ihr seht, wie schlimm es ist. Ah. Cauldron. Was machst du? Oh, mein Leben erhöhen. Oh, die Forstwitches sind zum Glück nicht ganz so heftig. Das ist heftig. Ah, Hilfe. Das ist mal wieder zu viel diskuten. Das Gute ist, ich treffe sie gut. Ah, das heißt, die Sukkubi oben in den Höhlen. Ja. Gut, die sind jetzt auch nicht mehr ganz so heftig, dank des, ähm, dank der Rüstung, die wir anhaben. Heißt aber nicht, dass wir sie unterschätzen können. Oh. Okay, da sind wieder mindestens zwei oder drei. Und da ist wieder Magier. Okay. Da ist ein Prick oder Muskel. Da ist ein Prick oder was? Da ist ein Prick oder was? Blatemele. So, diese wäre es mal los. Also, hier. Amulett. Kein Dreck. Ein Amulett. Amulett. Okay, okay. Hab's kapiert. Oh, sieh. Er ist direkt vor dir. Ah. Da werden beide Heilreserven wieder knapp. Wir sind auf Level 14, das heißt, das ist das zweite Level. Oh, Potion of Mana. Healing Potion ist gar nicht schlecht. Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen arg viel. Okay, also das ist ja auch nicht bereit. So. Large eggs und wir sind schon wieder ziemlich voll hier gerade. Gold. Gold. Das Blacksmith Oil können wir gerade mal zum Reparieren verwenden. Ha, du bist alleine und kannst nicht fliehen. Das freut mich doch immer gerne. Da oben war noch einer. Mit Metologov war. Ah. Bevor ich hier weitergehe, gehe ich erst mal zurück. Guck mal, was unterhalb des Eingangsbereichs noch ist. Weil hier ist ja auch noch ein bisschen was. Das würde ich so nicht angeguckt haben. Zwei Marken und drei Marken in der Ecke. Da Bottles roll, ja. Fässer. Also auch immer Diablo hier unten mit Fässern macht. Oh, hier ist der Weg runter. Okay. Noch ein Call, du. Hm. Potion of Mana A Mana Potion. Keir Heal. Keir. 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 So, 2 tot. Und ja, seine Fähigkeit ist echt praktisch. So, was macht der, Colton? Knowledge is power. Hat wohl mein Mana erhöht, oder? Ne, mein Magic 5 gesteigert. Auch gut. Woa. Nur nix anbrennen lassen, nicht wahr? Genau darauf dahin, wo ich dich gut angreifen kann. So, eine Healing Potion, die nehme ich gerne. Dann. Okay. So, gehen los. Gut, die bin ich auch los. Also nochmal zwei. Reise, Schau. World of Lightning. Ach, nicht wirklich. Ah, das war nur ein Hunterbow. Und ja, so wie es aussieht, kommen wir hier auch noch da drüben. Oh, shit. Tchm! 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 So, eine weg. Noch eine weg. Noch eine weg, mal speichern zwischendurch. Okay, hier ist noch sehr viel. Tchm! Tchm! Ja ja, und jetzt fetzt. Tchm! 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 So, damit verabschieden wir uns in die Stadt. Wow, was kann ich für dich machen? Oh, die habe ich aus Versehen eingesammelt. Was ist das für ein Amulett? Stärke. Nee. Nee, da ist Dexterity wichtiger. Können wir trotzdem aufheben erstmal. Gothic Platt weg. Dark Heads Wailer sicher nicht. Die Klappe weg. Und die Klappe weg. So. What ails you, my friend? So, items kaufen. Das. Praxis. Das. 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 Was.